Und dann ist es halt auch mitten in der Nacht und spät und du denkst, hm, dann würdest du dich am liebsten mit einer Bratwurst ins Bett legen und so ähnlich so. Obwohl ich sagen muss, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich alleine bin oder ob jemand da ist, weil wenn jemand da ist, dann weiß ich nicht, dann kann ich keine Fressorgien veranstalten. Und wenn ich alleine bin, denke ich, ach, ich fühle mich so traurig, da esse ich jetzt lieber noch eine Pizza, damit ich Gesellschaft habe. Oh mein Gott! Und jetzt ist der dreckige Ton auch noch weg. Shiny! Yo! There it is! Und jetzt stirbt es, ich muss es doch noch besiegen und ich habe immer noch keinen Ton. Aber Erzwinger ist da. Curly ist voller Tatendrang und sie, ja, oh mein Gott. Ah, zu Beginn des Kampfes, wir müssen einen Flottball werfen und irgendwann, wenn wir gar nichts mehr machen können, müssen wir einen Timerball werfen. War es so? Genau, so war es. Ich drücke jetzt einfach mal hier drauf und setze mal einen Flottball ein und gucke mal, ob das drinnen bleibt. Das ist rausgekommen, okay. Das heißt, ab jetzt brauchen wir den nicht mehr einsetzen. Es haut ab. Das macht meinen Knackra kaputt. Am besten gleich Toggekiss reinholen und brrrr, dann ist er komplett weg. Daddy ist sehr effektiv. Er hat ja jetzt wenig Energie. Bevor er sich erstmal hochgeheilt hat, so lange können wir uns ja hinstellen. Das Problem ist halt, ich habe die ganze Zeit Toggekiss drin gehabt. Und habe immer nur Bälle geworfen, habe mich gewundert, dass nichts passiert. Und dann habe ich gesehen, er hat schon wieder fast volle Energie. Obwohl ich ja damit gerechnet habe, er hat wenig. Nein, hat er natürlich nicht. So, Frau Prima ist halt jetzt nochmal mit dem Timerball. Seine Energie ist immer noch gering. Gering. Und? Er ist drin, er ist drin. Wunderbar, guck dir das an. Giratina wurde gefangen. Und es leben sogar alle. Und alle kriegen Erfahrungspunkte. So, mehr wollten wir noch nicht. Levelaufstieg. Jena erreicht Level 73. Ja, eigentlich wie bei Pokémon. Bei Pokémon sagen wir ja auch, die gierige Tina ist zurück. Also eigentlich müsste es ja die gierige Tina sein. Das passt auch am besten. Das hat Bezug zu uns. Gierige Tina. Kann man das klein schreiben. Gierige. Gierige. Eine Leertaste auf Y und dann Grows auf hier drüben. Gierige. Tina. Noch fünfmal überprüfen, ob es noch richtig stimmt. Äh, ob es passt. Okay. Gierige Tina wird in eine PC-Box geschickt. Äh, ob es passt.